2023 ist für die Wirtschaftsuniversität Wien und die Universität St.Gallen ein ganz besonderes Jahr, denn beide feiern ihr 125-jähriges Bestehen. Im Namen aller Angehörigen der WU möchte ich unserer geschätzten Partner-Uni ganz herzlich zu diesem Jubiläum gratulieren. Die WU verbindet mit der HSG seit 1969 eine enge Partnerschaft. Diese zeigt sich unter anderem im lebendigen Austausch auf unterschiedliche Weise, sei es in unserem Benchmark-Projekt oder im gemeinsam gegründeten Sigma-Netzwerk. Zusammen mit der Uni St.Gallen sind wir auch in vielen anderen internationalen Netzwerken aktiv und machen uns für Forschung und Lehre, aber auch für akademische Freiheit und demokratischen Diskurs stark. Auch das Streben nach Exzellenz verbindet unsere beiden Institutionen. Wir forschen und lernen auf Spitzenniveau, um das Wissen zu vermitteln, das es braucht, um für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gewappnet zu sein. Wir wünschen der HSG, dass sie unsere universitäre Landschaft auch in den nächsten 125 Jahren mit herausragenden Leistungen in Forschung und Lehre bereichert und dass sie weiterhin dabei unterstützt, Wirtschaft und Gesellschaft verantwortungsbewusst zu gestalten.